Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Adventsklein der Unboxing. 22. Dezember, 22. Türchen. Karten unten im Weg, dass ich das nicht reindrücken kann. Da haben wir es doch schon. Dennis Geiger, Shootingstar für Hoffenheim und Niklas Füllkrug, Hannover 96. Geht immer am allerschnellsten. Dann die 22. 22. 22. 22. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 27. 27. 27. 27. 27. die Powerkarte. Dann Champions League, die 22 ist hier unten. Dann haben wir Riccardo Karesma, wie schickt das? Dann Ljubomir Fayser, Benfica. Ivan Rakitic, Barcelona. Mohamed Eljounoussi, Basel. Und wieder eine UCL All-Star Karte, Andres Iniesta für Barcelona. Stark! Ich muss sagen, von den seltenen Karten her, fand ich bis jetzt, sind hier die meisten drin gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Klar, bei den WWE waren auch immer so Champion Karten dabei und vor allem auch Icons, aber irgendwie so alles in allem kam mir das zumindest bisher so vor, als ob bei den Champions League Karten die meisten drin waren. Naja, schauen wir mal. Könnt ihr mal, wenn ihr aufgepasst habt, mir mal schreiben, falls ich falsch liege, dann gerne Bescheid sagen. Ansonsten sehen wir uns morgen zum nächsten Unboxing Video. und bis dahin. Macht's gut, Leute! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020